Hallo meine Lieben, ich bin's, eure Kathi Tiermann. Ich will euch heute meinen ersten Roman vorstellen. Ich hatte ja schon einen Buchtrailer veröffentlicht. Wer den noch nicht gesehen hat, ich verlinke ihn unten in der Infobox. Und ja, mein erster Roman heißt Projekt Blauer Flügel, ein Opfer. Ja, was es mit diesem Opfer auf sich hat, das werdet ihr dann in dem Buch erfahren. Es ist eine vierteilige Dark Fantasy Reihe und kommt im November diesen Jahres raus. So, ich lese euch jetzt mal den Klappentext vor. Ein Geheimbund verlangt von Martin, seine magischen Fähigkeiten einzusetzen, um bei einem wahnsinnigen Vorhaben zu helfen. Dabei bringt er nicht nur sich in Gefahr. Dies ist der erste von vier Teilen einer dunklen Fantasy Reihe, in der es um Drachen, Magie und tragische Schicksale geht. Es gibt jetzt eine Hörprobe. Und zwar, das erste Kapitel werdet ihr gleich hören. Das habe ich vorgelesen. Ursprünglich war das für eine Radiosendung gedacht. Der Radiosender hatte sich dann leider am Ende etwas gesträubt. Ja, und naja, gut. Machen wir es jetzt einfach für YouTube. Naja, ich habe es ein bisschen, also es ist eine Audiodatei, deswegen habe ich das ein kleines bisschen mit Musik hinterlegt. Ein kleines bisschen zumindest. Und mit Bildern. Also ihr könnt euer Handy oder Tablet oder wenn ihr am Computer sitzt, ihr müsst nicht davor sitzen. Ihr könnt euch das einfach anhören. Legt euch irgendwo chillig hin oder was auch immer. Mein Hund will gerade spielen und ich will jetzt einfach nicht spielen. Moment. Zack. Jetzt wird aber nicht gespielt. Ja, ich wünsche euch jedenfalls noch ganz viel Spaß gleich beim ersten Kapitel. Ich freue mich schon total drauf. Viel Spaß. Im kleinen Badezimmer leuchtete das grelle Licht von der Decke. Der gefließte Raum hatte kein Staubwedel mehr gesehen, seit Martin hier lebte. Das Bad wurde zwar regelmäßig von einer Reinigungskraft gesäubert, aber diese schien schlecht bezahlt zu werden. Trotz allem war die Lampe von einer sichtbar dicken Staubschicht überzogen. Jeden Morgen, wenn Martin ins Badezimmer lief, fiel ihm diese unscheinbare Hängelampe auf. Sein Blick wanderte beim Betreten eines Raumes zuallererst nach oben. Er fühlte sich stetig sicher, wenn er dort nichts Ungewöhnliches bemerkte. Es war einfach eine Gemütsbewegung, die er nicht so recht erklären konnte. Auch heute betrachtete er die Deckenlampe, die wie immer aussah. Sie erfüllte ihren Zweck und niemand kümmerte sich um sie. Martin war erst seit einem knappen halben Jahr hier in dieser Behausung. Er schlurfte wie jeden Morgen in seinen grauen Filzhausschuhen zum Waschbecken, drehte den quietschenden Wasserhahn auf und ließ sich kaltes Wasser ins Gesicht spritzen. Der Tag streckte seine müden Gliedmaßen aus. Langsam kroch das Tageslicht an den Himmel und vertrieb die Schatten der Nacht. Das bemerkte Martin jedoch nicht. Seine Räumlichkeiten waren fensterlos, aber seine innere Uhr funktionierte trotzdem ganz gut. Er brauchte nie besonders viel Schlaf. Früh aufstehen war für ihn normal. Er betrachtete sich im Spiegel. Sein schmächtiger und kindlicher Körper wich immer mehr dem eines durchtrainierten Jungen. Muskeln an den Schultern traten hervor. Er spannte sie an und grinste stolz. Nicht jeder Zehnjährige würde so aussehen, dachte er. Martin trug sein Haar kurz. Zu kurz für seinen Geschmack. Aber was sollte er machen? Josef ordnete an, seine Haare bis auf wenige Millimeter abschneiden zu lassen. Also tat er es, ohne Widerworte. Der muskulöse und groß gewachsene Mann mit den markanten Lachfalten an den Augen war der Meinung, dass die Zottel beim Training stören würden. Okay, Martin hatte in der Zeit, die er auf der Straße verbracht hatte, nie einen Friseur besucht. Hauptsache er hatte etwas zu essen und die Leute hatten ihn in Ruhe gelassen. Dann kam Josef und nahm ihn bei sich auf. Noch heute erinnerte sich der Knabe an diesen Moment. Denn seit er mit Josef mitgegangen war, hatte sich sein Leben verändert. Martin putzte seine Zähne, ging auf die Toilette und zog seine Kleidung an, die im Schlafzimmer lag. Die olivgrüne Stoffhose sowie sein weißes Hemd hingen fein säuberlich auf der Stuhllehne neben dem Bett. Dann zog er seine Schuhe an. Er schlenderte gemächlich mit den Händen in den Hosentaschen in Richtung Treppenhaus. Den Kopf drehend schaute er um sich. Links, rechts, die Gänge leer, die Türen verschlossen. Daraufhin blitzten die Augen des Jungen auf und er flitzte mit großen Schritten die Treppe hinauf, bis er an eine Tür gelangte, die mit einem Zahlenschloss versehen war. Er gab den Code ein. 14808 Die Tür öffnete sich und Martin trat hindurch. Sofort rannte er hastig das spärlich beleuchtete Parkhaus des Avaris-Einkaufszentrums ab, das zu dieser Zeit menschenleer war. Eine andere Tür in der obersten Etage lag vor ihm. Dort gab er einen weiteren Zahlencode ein, wie zuvor an der anderen Tür. Als er die Tür öffnete, betrat er eine Kammer, die von oben bis unten gefließt war. Es flackerte eine Kerze in der Mitte des Raumes. Wachs klebte am Boden und gab der schmalen Kerze ihren Halt. Martin ließ die Tür hinter sich zufallen und begab sich zur Lichtquelle. Er ging in die Hocke, um die Flamme zu beobachten, bedacht darauf, sich langsam zu bewegen, damit er sie nicht erschreckte. Flammengeister wie dieser hier waren äußerst schreckhafte und noch dazu extrem bockige Zeitgenossen. Deswegen musste Martin bedachtsam vorgehen. Zeige mir den Weg, flüsterte er der Flamme zu, die sich kein Stück bewegte, obwohl er sie direkt ansprach. Sie glomm gemütlich vor sich hin. Dann flackerte sie ganz leicht nach links, sodass Martins Schatten nach rechts wanderte. Hab Dank! Martin wandte sich der rechten Seite der Kammer zu, wo sich zuvor sein Schatten gebildet hatte. Er berührte mit seinen Fingerspitzen sanft die Fliesen. Dabei konnte er durch sie hindurchgreifen. Sie fühlten sich warm an und bildeten einen leichten Widerstand. Ihre Materie war nicht mehr fest, sondern glich jetzt mehr einer Wasseroberfläche, die bei Berührung kleine Wellen schlug. Sanft wanderten sie durch den Raum. Einen Moment lang zögerte Martin. Er erinnerte sich daran, wie er das erste Mal die Kammer betreten hatte. Josef erklärte ihm damals den Weg und die Funktion der Kammer. Doch Martin war zu aufgeregt, um alle Informationen aufnehmen zu können. So gab ihm der Flammengeist keine Antwort und Martin musste sich entscheiden. Jede Wand war wie die Wasseroberfläche. Das Ziel war immer ein anderes. Bei seinem ersten Besuch ging Martin durch das falsche Portal und landete in einer weiteren Kammer mit einer Kerze. Er verstand nicht genau, wie er auf den Flammengeist reagieren sollte und so verweigerte der Flammengeist ein zweites Mal die Kooperation. Martin wanderte abermals durch das falsche Portal und befand sich in einer Kammer, die den anderen beiden glich. Oder war es doch immer dieselbe? Es verwirrte ihn. Für eine gefühlte Ewigkeit setzte er sich vor die Kerze. Er würde es jetzt einfach mit Ruhe und Ausdauer versuchen. Der Flammengeist antwortete ihm und Martin konnte endlich durch das richtige Portal gehen. Diesen Fehler wollte er nicht mehr machen. Er musste schmunzeln, als er sich daran erinnerte. Das war vor ungefähr acht Monaten gewesen und seitdem kam er jeden Tag hierher. Er setzte einen Fuß vor den anderen und trat durch das Portal. Ein Augenblinzeln verging. Dann stand er in einem riesigen, mit dunklem Holz verkleideten Saal. Der Saal war gigantisch groß, sowohl in der Höhe als auch in der Breite. Es hätte das Einkaufszentrum in sich aufnehmen können. Von der Decke hingen stattliche und schwere Lampen an dicken Seilen und Drähten herunter. Guten Morgen, mein Junge, begrüßte ihn Josef mit einer Tasse Kaffee in der einen und einem belegten Brötchen in der anderen Hand. Hunger? fragte er Martin. Der Junge nickte erfreut und lief zu seinem Mentor hinüber. Josef zog einen Stuhl heran. Setz dich, wies er ihn an und Martin gehorchte. Der Tisch war mit Tellern und einem Silbertablett bedeckt, worauf Brötchen lagen, bestrichen mit Erdbeermarmelade und belegt mit Käse und Wurst. Daneben standen Flaschen mit Wasser. Martin bediente sich. Er aß gern mit seinem Mentor im Übungssaal. Da er noch kein vollwertiges Mitglied der Bruderschaft war, gestattete man ihm nicht, mit den anderen im Esszimmer zu speisen. Er aß ab und an auf seinem Zimmer. Dazu hatte er allerdings selten Lust. So ganz allein. Josef schaute Martin mit seinen grünen-blauen-weißen Augen an. Komm Junge, Zeit für deine Trainingseinheit am Morgen, sagte er heiter und klopfte Martin freundschaftlich auf die Schulter. Martin zog seine Schuhe aus und lief barfuß auf dem warmen Holzboden zu einer Markierung. In einem Abstand von zehn Metern stellte sich Josef an ein Podest. Er zog seine Arme schwungvoll in die Luft und gleichzeitig stiegen gelblich leuchtende Kugeln empor. Über Martins Kopf brachte er sie in der Mitte des Raumes knapp über den Lampen in Position. »Gut, Martin, du kennst die Übungen. Fangen wir an«, rief er dem Jungen zu. Josef ließ die Arme abrupt sinken und die Lichtkugeln flogen durch den Raum. Martin duckte sich und fokussierte einige der Kugeln. Mit einem schnellen Ruck steuerte eine der Kugeln auf ihn zu, woraufhin Martin mit einem geübten Hechtsprung zur Seite auswich. Anschließend zischte die nächste Kugel auf ihn zu und er wich auch diese aus. Ein weiteres Leuchtgeschoss stürmte auf ihn zu und noch eine, dann zwei gleichzeitig, denen er gerade so ausweichen konnte. Josef beobachtete alles sehr genau. Er hielt einen Zauberstab in die Luft. Mit einem Mal erlöschen die Lampen und der riesige Saal war durch die Lichtkugeln in ein mysteriöses Licht getaucht. Einige Kugeln umkreisten Martin, andere flogen durch den Saal, zogen Schleifen, kamen näher und entfernten sich wieder. Andere schwebten direkt auf ihn zu. Dann krachte es. Martin erschrak. Eine der Lichtkugeln war direkt neben ihm zerplatzt. Er spürte die grisselige Vibration noch kurze Zeit später auf seiner Haut. In einem unbedachten Augenblick schnellte eine Kugel heran, die Martin an der Schulter streifte. Schmerz zog wie ein elektrischer Schlag durch sein Schulterblatt. Er hatte den Überblick verloren, nachdem er getroffen wurde und den Schmerz zu unterdrücken versuchte. Vier der Lichtkugeln vereinigten sich zu einer größeren Kugel, die nun viel stärker leuchtete. Grelles Licht blendete ihn. Seine Augen formten sich zu Schlitzen und brannten wie Feuer. Mit dem rechten Arm schirmte er sein Gesicht ab, damit er halbwegs etwas sehen konnte. Gerade noch rechtzeitig wich er aus und der große Lichtball schoss an ihm vorbei. Du musst schneller sein, Martin, rief Josef ihm zu. Und? Wie macht sich dein Lehrling? Ist Magie seine Stärke? Eine schlanke Frau, Anfang zwanzig, in einem schlichten grünen Kleid, kam in den Saal gelaufen. Selbstgefällig trat sie an Josef heran. Er verdrehte die Augen und wandte sein Gesicht von ihr ab. Gut, dass du hier bist, Helga. Helga runzelte die Stirn und hob skeptisch eine Augenbraue. Josef schwang den Zauberstab und die Lampen gingen wieder an. Die Lichtkugeln, mit denen Martin gerade trainierte, lösten sich auf. Martin, mein Junge, komm bitte zu mir. Martin schloss zu seinem Mentor auf. Weißt du, wer diese Frau neben mir ist? Wollte Josef von seinem jungen Schüler wissen. Martin hob den Kopf. Immer wenn er sie anschaute, sah er auf die nicht gut operierte Lippenkiefer-Gaumenspalte. Es blieb nicht nur eine Narbe zurück, sondern der linke Teil ihrer Oberlippe war verzogen. Denn auch der Rest ihres Gesichtes war nicht gerade das, was man als hübsch bezeichnen konnte. Ihre braungrünen Augen stielten ihn an, als würde sie gaffen. So groß waren sie. Das braune Haar hing schlaff in dünnen, strohigen Strähnen an ihrem schmalen Kopf hinunter. Ein spitzes Kinn unterstrich ihr hexenfratziges Gesicht. Wenn Martin ihr wahres Alter nicht kennen würde, hätte er sie älter geschätzt. Martin wusste, wer Helga war und welchen Rang sie hatte. Er war deshalb nicht befugt, etwas zu äußern. Sie schielte von oben herab und durchbohrte ihn mit ihrem Blick. Jetzt fühlte sich Martin sich erst recht wie ein kleiner, zehnjähriger Junge. Unsicher schaute er wieder zu Josef und nickte stumm. Josef ging daraufhin in die Hocke. Merke dir eins, mein Junge. Frauen wie Helga sind Abschaum. Sie sind zu weich, um je Macht zu erlangen. Die meisten Frauen haben nicht das Zeug, an der Spitze zu stehen. Und schon gar nicht, wenn sie so hässlich sind wie Helga. Helga ballte die Fäuste und presste ihre spröden Lippen zusammen, während ihre Augen sich verengten und ihr Blick starr auf Josef gerichtet war. Sie und Josef mochten einander nicht. Das war kein Geheimnis. Aber da Josef im Rat der Bruderschaft saß und Helga dabei war, sich dort einen Platz zu sichern, war Umgang beiderseits nötig. Wortlos verließ sie den Saal. Zwei Tage später traf Martin Josef im Flur des Hauptgebäudes. »Wo ist sie?«, fragte Josef aufgebracht. Der Junge zeigte mit dem Finger auf das Büro von Josef. »Ich habe gesehen, wie sie reingelaufen ist.« »Aber ich habe mein Büro abgeschlossen. Danke, dass du mich sofort gerufen hast.« Josef wartete gar nicht erst Martins Antwort ab, sondern lief direkt in sein Büro. Tatkräftig riss er die Tür auf. Vor Schreck ließ Helga die Akte fallen, die sie gerade aus einem Schubfach entwendet hatte. Mit rotem Kopf stampfte er auf seine Kollegin zu. Er schielte auf die Schriftstücke und zeigte flüchtig mit dem Finger darauf, um Helga wortlos anzudeuten, was er wollte. »Was willst du mit Martins Akte?« »Ich...« »Du kannst froh sein, dass Martin hinter der Tür steht. Und ich mich deswegen beherrschen muss,« zischte Josef zwischen seinem gespannten Kiefer hervor. Sie sammelte die zusammengehefteten Papiere auf und wollte an ihm vorbeigehen. Da ergriff er ihren Oberarm. »Die Akte!« sagte er fordernd. »Und jetzt raus!« Helga übergab sie wortlos. Ihre Hasenscharte zuckte nervös und die Schultern waren wie die Nackenhaare eines Tieres aufgestellt. Daraufhin ließ er sie los und Helga verschwand im Korridor. Dabei blickte sie starr gerade aus. Sie spürte Martins Blicke, als sie sich entfernte, doch wagte sie nicht, sich umzudrehen. Josef kam zu Martin und lehnte sich mit der Akte in der Hand an den Türrahmen. »Was wollte sie mit der Akte?« fragte Martin. »Das ist eine sehr gute Frage. Leider weiß ich darauf keine Antwort. Aber ich vermute, ihr Vorhaben wird bald für uns erkennbar werden. Ihre Augen zeugen von aufkommendem Wahnsinn,« erklärte Josef. »Das müssen wir dem Rat melden.« »Ich gebe dir recht. Das muss ich mit den anderen Ratsmitgliedern besprechen. Das geht zu weit. Sie ist in mein Büro eingebrochen und wollte eine Akte stehlen.« »Deine Akte,« antwortete er. »Ich verstehe.« Am nächsten Tag stand Martin wieder sehr früh auf. Wie jeden Morgen lief er noch etwas verschlafen ins Badezimmer und schaute beim Betreten des Raumes an die Decke. Martin erschrak mit einem Mal. Ein seltsamer Schatten war in einer Ecke zu sehen. Dieser bewegte sich nicht und hatte die Form eines Ungetüms mit vier Fangarmen. Martin wusste nicht so recht, was er tun sollte. Etwas ängstlich stand er im Türrahmen und starrte den Schatten an. Woher kam er? Die Lampe leuchtete, aber nirgends war etwas zu sehen, das den Schatten verursachen konnte. Er suchte mit den Augen den Raum ab und während er das tat, nutzte der Schatten die Gelegenheit, sich fauchend auf Martin zu stürzen. Klauen mit blitzenden Krallen materialisierten sich, zielten auf den Jungen. Martin stolperte zurück in sein Schlafzimmer und schrie, während er versuchte, dem Biest auszuweichen. Er mühte sich ab, es zu schlagen und zu treten, doch immer wenn er glaubte, ihn zu treffen, durchzog sein Bein oder seine Faust den grauen Schatten. Hilfe! rief Martin. Das Ungetüm baute sich vor Martin auf, als dieser mit dem Rücken am Boden lag und versuchte, in einer Art Krebsgang vor dem Schatten zu flüchten. Hilfe! brüllte er erneut. Der bestialische Schatten kreischte Martin mit ohrenbetäumender Lautstärke an. Das Monster ließ seine scharfen Krallen auf Martins Beine niedersausen. Die Stofffetzen seines Beinkleides verklebten mit dem dunkelroten Blut, die aus seinen Wunden floss. Hilfe! rief er noch einmal, diesmal etwas schriller, da der Schmerz ihn fast wahnsinnig machte. Jetzt bist du tot! fauchte es aus dem Maul der Bestie. Was zum! äußerte Martin verwirrt und leicht verärgert, da er diese Stimme einer ihm bekannten Person zuordnen konnte. Die Türklinke klapperte. Martin, was ist los? Mach die Tür auf! rief Josef von draußen. Ich kann nicht! Josef, hilf mir! schrie Martin, als er seinen Ritter vor der Tür hörte. Die Bestie donnerte auf Martin zu, doch er konnte ausweichen und prallte mit dem Rücken gegen das Bett. Martin war wie erstarrt. All die Trainingseinheiten, die er seit Monaten mit Josef hart erarbeitet hatte, waren vergessen. Er hockte einfach nur da und hoffte, Josef würde die verschlossene Tür aufbekommen, bevor der bestialische Schatten ihn in Stücke riss. In diesem Moment brach die Tür aus den Angeln und prallte gegen einen Sessel. Josef ließ seine Hand zu einer Kralle, geformt in Richtung Schattensausen. Zugleich schossen blitzschnell giftgrüne Kugeln aus ihr heraus, geradewegs auf das Biest zu. Es traf sein Ziel und das Ungetüm löste sich kreischend in grauem Rauch auf. Martin! rief Josef, als er sich dem Jungen zuwandte. Deine Beine sind vollkommen zerkratzt, wir müssen die Blutung stoppen. Mit seinen starken Armen half er Martin auf und trug ihn auf die Krankenstation. Nachdem Martins Wunden versorgt wurden, kam Josef zu ihm ins Krankenzimmer, setzte sich neben ihn und schaute den Jungen mit ernstem Blick an. Erzähle mir, was passiert ist, mein Junge. Martin berichtete, wie der Schatten im Badezimmer auf ihn gelauert und angegriffen hatte. Ich schäme mich, äußerte Martin und senkte den Kopf. Warum? fragte sein Mentor. All die Trainingseinheiten, die ich von dir gelernt habe, all die Magie, konnte ich nicht anwenden. Ich war wie erstarrt. Wie ein kleines Mädchen habe ich am Boden gehockt und gewimmert. Als ich dich vor der Tür gehört habe, wollte ich nur noch gerettet werden, gab Martin kaum hörbar zu. Josef strich ihm väterlich über den Kopf. Das war dein erster Kontakt mit schwarzer Magie und das völlig unvorbereitet. Anders hätte ich wohl auch nicht reagiert, wenn ich du gewesen wäre. Martin hob den Kopf. Josef lächelte. Doch die Mundwinkel verzogen sich allzu schnell zu einem ernsten Gesichtsausdruck. Jemand hat versucht, dich zu töten und ich brauche nur eins und eins zusammenzählen. Das war... Helga, beendete Martin den Satz. Ich habe ihre Stimme gehört. Sie sprach durch den Schatten. Was hat sie gesagt? Wollte Josef wissen. Sie sagte, dass ich jetzt sterben werde, antwortete sein Schützling. Josef atmete schwer durch die Nase aus und presste dabei die Lippen zusammen. Wir müssen Acht geben, mein Junge. Diese Frau ist nicht bei Sinnen und will dich aus dem Verkehr ziehen. Sie ist sehr mächtig, stellte Martin fest. Sie benutzt unheilvolle Magie. Besonders Schattenmagie ist heimtückisch. Sie übt sich darin, ja. Aber hervorragend ist sie darin nicht. So ein Schattenwesen ist eine Anfängerübung. Trotzdem sollten wir vorsichtig sein. Irgendwas plant sie. Dafür ist ihr sogar Machtmissbrauch recht. Brüder des Grünen Pfalz dürfen keine Magie gegeneinander anwenden, außer es handelt sich um ein Training. Josef zog seine Finger durch die braunen Haare, wobei die langen Strähnen an der Stirn wieder zurück ins Gesicht fielen. Jetzt ruhe dich erstmal aus. Wir trainieren weiter, wenn du genesen bist, sagte er zu seinem Schützling und wandte sich zum Gehen. Josef, äußerte Martin. Danke. Sein Mentor nickte ihm väterlich zu.